ok leute wie ihr seht wir haben die lösung das ging mir auch voll schnell leichter als auch so ein anderer ich weiß gar nicht ob die anderen letztlich einmal sich gezeigt haben ich zeige nur das was sie alles für mich wäre nicht 100 prozent jetzt richtig komplett hier bekommen muss wirklich alles wird alle rätsel machen wirklich alle rätsel auch die versteckten ja alle wir fehlen mir noch nur vier stück aber gar nur drei stunden das muss man noch weiß ich mir das schwebt also gucken wir uns das mal an das hat mir schon mal was die kamen da nicht weiter ich habe aber wissen die so nicht damit das jetzt versucht fliegt er gegen die wand oder fliegt er zurück voll fassen so die mussten es kommt einfach darüber was dagegen gestoßen dagegen noch nicht da dagegen hat auch nicht gestoßen ich glaube dass er sei dass ich mir sei größer machen du musst größer machen also von da dahin ich wollte was anderes testen guck mal noch ein Sprung und dann höher guck guck was es ging was ich habe eine Idee ich habe gerade was zu gesehen das Teil ist dazu da wird bei mir kurz was zu sehen ob das klappen ob er sich so katapultieren könnte das ist das was schon ein bisschen was man was sagen damit er so fliegt und dann das dann das ist auch gut aber ob er das schafft da soll es in zehn sekunden schaffen verdammte kacke und wie weit er fliegt was spielt drüber ne was warte was da kommt er an ja okay wir haben es endlich so dann so kommt hier ja einfach die einfach bist gekommen dass ich gemacht habe deswegen was braucht es denn das hast du gesehen ach so und dieses ding das fliegt dir direkt rein und mit dem ding breit erstmal dagegen dann wieder runter und dann so abitur hilft und so es ist falsch das war nicht falsch es kann nicht falsch sein da muss schon einer flieger pennen so glücklich gemacht was gesehen richtig kopfnuss ich hätte so gerne muss ja nicht mit einem mit der zieler papa die aber meine mama hat das verliebt wird sein freundlich ja guck mal zu tun die die zeit haben wir dafür 15 und fünf seien die das nur noch da was er ist und testen in der abgrund die und das ist so das ist genau was immer fliegt abflug dann soll da abflug abflug okay aber dann ach so und dann ist er hier alle lauten sind dann hier hier eins und dann bekommt er auf die abflug jetzt auch einmal schatten die das war für mich die glückte er war kein kommentar und die löser das ist und dann geht nicht die Schöne geht nicht muss das so sein es sei einfach mal größer unglaublich es ist ja dagegen gestoß wenn es aber da ist dann kommt es nicht eigentlich so vorgegeben wir müssen ihnen so richtig was sie die ziel also testen geht direkt im abkunft gestoßen das war fliegen und weiter hier ich nicht verstehen wie wir sagen mit drei stück das muss ein grund geben warum wir noch drei seite haben die schon ausprobiert das bringt das drüben jetzt wieder runter vielleicht gegen den teil da oben warte aber auch gegen dieses teil fliegt der gelandete warte wenn er dagegen fliegt kommt er dann so oder kommt er da ansehen sehen wir mal aber es hat schon fast ausgesagt stimmt was bringt das immer so klappt das jetzt nicht das andere so warte mal kann man kann das nicht so machen so warte fliegt dann gegen die wand ja was sie sehen richtiger freundlich das haben wir eben so wenn dieser kleine abschnitte da sah gerade schon richtig aus kommt hier an oder doch 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 hat den einleitern der jörter hat die kursung n und wenn ich dann nicht so wenn er denn die rückwärter die richtigen nennen und dagegen kommt das ist ja wissen wenn er die hier geht das aber das bringt ja nichts weil er dann direkt in den abgrund feld guck doch oder ja abgrund ok das steht noch sein leben da diese variante ausprobiert das hier das hier ja das war das so ok das ist hier sehen kann sein dass man sand effekt benutzen muss die jahre ich glaube schon man muss so einwand effekt benutzen deswegen sind diese seiten punkte so komisch gemacht damit war damit er so wie die wand die wände springt nicht sein größer machen was er will hier abflug so das so ja 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 das ist so so ja 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 du bist ja 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 1, 2, 3. Ach, das ist ein täglicher Vogel. Und jetzt? Das ist unterrichtend so. Wieso reagiert der immer so? Nein. Stimmt. Hm, ich glaube, das sagt schon irgendwas aus. Das muss anders sein. Klingt ja nicht in das weiße Teil dann. Ach so. 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 Was ist das nächste Mal machen? Ach komm, das nächste Mal da. Da sind wenigstens sind wir ein bisschen weitergekommen, ja. Scheiß Papa geil. Tricks. Mal den Mocker? Den Hasen? Da gibt's nur ein Rätsel für uns noch. Von dem Hasen? Nein, von diesem Verzeckter der Fall. Das ist ein merkwürdiger kleiner Baulug. Versuch doch mal die Tür zu öffnen, ja. Es geht nicht kurz, sie ist fest abgesperrt. Vielleicht braucht man ja mal einen Schlüssel. Sehr schade, vielleicht sollten wir mal wieder, ja. Ja. Erstmal gegen abschecken. Busch. Guck. 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 und dann wächst und. Dann noch nie, das ist doch irgendwann. Jetzt sollten wir uns dann nicht im enclosure sein, eh, auch geister��nis fahrer auf demn Fluss aufpassen oder so, eh, der kleine properties haben. Ich hab' dich ja gar nicht bemerkt, so ruhig wie du warst. Ich wollte ja, ich wollte also wissen warum wir so haben da so so rumstieh, nur das sage ich euch gerne. aber ich zu müssen die Darmografie ist ja ja Schiller Schlaufer Sklau schlicht da stehen sie wer steht eine männliche Person steht vor einem Kind zwei männliche Personen stehen hinter einem weiblichen Person eine männliche und eine weibliche Person stehen hinter der männlichen Person mhm dann im Kind steht eine weibliche Person okay wie viele Personen stehen hier also mindestens eine männliche Person steht vor einem Kind Pädophil zwei männliche Person stehen in einer weiblichen Frau gelben eine Mängel die kann ja auch weiblich sein deswegen stimmt das ist also bisher haben wir 3123 oder 3 Männliche und eine weibliche Person stehen hinter einer Männliche Männliche und eine weibliche Person stehen hinter einer 3 das Kind ist das bei die weibliche Person im Interfekt sind es immer nur 3 deswegen das Männliche das ist 4 4 Warte warte eine Männliche und eine weibliche steht hinter einer männlichen Person was hat mir Kind Männlich zwei Männer das Kind ist das weibliche Mitten aber hinter einem Kind steht noch eine weibliche aber hinter einem Kind steht noch eine weibliche das sind erstmal es könnte auch 3 jetzt sein sagen wir 3 1 2 3 1 2 1 Männliche und eine weibliche das Kind ist das männliche Männliche, was dir steht noch 3 1 Männliche und eine weibliche es ist niemals mehr als 10 4 ok 1 bis 4 ist es irgendwie 1 bis 9 so sollte es stimmen es ist 5 nun herrlichkeit ist eine tugend oder doch trotzdem wir wechseln immer zwischen pädestin und warkinnen steht vor einem kind zwei männliche personen stehen sagen wir einmal ich muss die vor allem kinder das sagen wir das kind ist männlich zwei männliche personen stehen hinter einer weiblichen und also wenn hier zwei männliche und die stehen da hier sind drei eine männliche und eine weibliche bestehen da eine männliche person das trotzdem noch drei die weibliche so zwei männer stehen noch hinter den weiblichen das ist jetzt mir das soll ich glaube das soll irritieren aber im endeffekt ist die frage wie viele personen stehen stehen ja also mindestens ich glaube das ist egal wie die stehen es sind nur man will es ja nur das geschlecht der geschlecht wird zu 5 dieser nur 3 weil wir haben ja dann in der sie nicht versuchte 3 mein singen auf das stimmt die jahre entdeckte das egal wie sie das sind wozu dreifach richtig drei personen müssen 1 es sei ein Mann eine frau eine junge das ist schon genug wenn sie die umgezeichnet stehen ach es zu guck mal hat der gottum auch recht güte güte die sind ja ein ganzes gewitz der ständen wo er soll jetzt in den jahren wir sprechen vor uns noch was sie als leuchtung werter hier draußen ein fluss zu vertrauen ohne dass er dann traurig geschickt er weit also nicht gleich ich fasse mich mal kurz bevor ich nach london gekommen jeder von den erst immer ihre lebensgeschichte oder wenn gefeiert der leuchtung wird dann dover schaut mich so an ich bin das spruchte ich bin dann super ich war ein supaster die leute liebten nicht ist klar und dann wurde ich auch durch ein technisches überwachungssystem ersetzt aha und dieser roboter hat mich nun über die arbeitsplatz gebracht ich war völlig fertig sage ich euch das ist mein absoluter traumjob und ausgerechnet eine maschine und nimmt mir den weg zwei herzen reiz in der wendung ja warte war das schlimmste kopf ich finde also eine neue stelle in wandern ich soll die leuchtung werter hier geben aber was glaubt ihr was ich sehe als ich den turm aufmachen die aufmachen maschinen brummende somente knachende maschinen der ganze turm ist voller davon könnt ihr euch den meinen setzen ausmachen dass er mir mitten an der technik einfach nicht aus hatte verbrittet mir die beine ich suchte ja mein leuchter der länder automatisiert ist und dann geschützt jetzt irgendwas vor professor in der tat ich vermute dass noch mehr hinter der samt stecken ganz in der leite oder ich wissen ja sieben die drei habe ich noch nie zu ende bekommen ich weiß auch nicht wieso was wollt ihr fassen ich habe lange über etwas nachgedacht die wüsse daran die mit mir arbeiten mit ihr arbeiten du machst wütze knüpfelchen die ich mich quillten meister wo tut mir leid was ich eigentlich sagen wollte damals in der eine stunde in der mit ist noch nicht verliere ich kein wort meine erinnerung sind tabu la rassa bis auf meiner flucht da natürlich ich schon um mein leben der freiheit entgegen also befand sich das labor in der nähe des flusses ja richtig kleiner in den eisigen wasser machte ich mir diesen rätsel hier war mir gedacht scheiß immer diese zeuglichkeiten es ist wirklich bewundern sollen wenn du so viele dinge gleichzeitig nicht tun könntest ich muss immer so an perverse denken denken wenn wir sagen wahre gedanken ob du nicht daran gedacht hätte fünf wasser feste athleten erzählen von ihrem schwimmer könne das zeit schnellste person steht neben den kräftigen herrn aus der runde die zeit ist also entweder die die zeit ist eine frau wenn es ein mann wäre der zweitschnellste person steht da hast du hast du los mit mir steht neben den kräftigen herrn kräftig mag ich zwar sein aber der schnellste schwimmer bin ich nicht doch okay selbst in diesem bunten outfit kann ich kann bin nicht das wasser reichen das verbunden hat okay ich bin am kleinsten aber ich aber immerhin platz 4 geht das hat dir gesagt ich schlage die personen neben mir und holt mir den sieg wer ist das nächste schwimmer mädchen ich gucke brille der sieht irgendwie schon aus aber nicht schwimmen könnte kommen ist es echt so zugeordnete die erste aussage von a dann b ja ne die zweitschnellste person steht zweitschnellste neben die kräftigen herrn also den d oder d kräftiges der jahre dann sagt er auf der schnitzung bin ich nicht okay wir sind auch selbst in diesem buch kann ich bin ich das wasser reichen und norten also das ist ihren am kleinsten erreicht aber immerhin platz 4 und diesen fünf leute das ist also er hat das über b gesagt also der langsamer der hat gesagt er ist platz 4 also bleibt nur c übrig neben mir und hol mir den sieg c oder akku sagt selbst die personen neben den kräftigen herren das sagt er zu sich selbst so nicht oder ach so dann ist es auch da obwohl er zeigt die finger auf sich oder c er ist die kleinste person also verloren also b und die ist klar ist langsam als b ist klar also c oder wo ist das e langsamer ist das b kummer selbst in diesen bunten outfit kann ich bin ich in das wasser rechnen das c ist bunten outfit ich dachte die erste aussage von a die zweite nein 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 ich glaube ich ist nicht so muss man immer von den klamotten her bedenken und er ist hier bunt gekleidet wir können sie das geht es schon so gut ich glaube irgendwie dann ist es trotzdem b was wieso wieso erst bescheiden nein das muss das sein das ist jetzt der schnellste schwimmen oder aus der sauerung und ich sage das dann das geht es schon so gut hier ist das sage das denn die und muss ich auch kommen wenn du machst es wieder falsch obwohl es 50 50 ist sagst du eh oder die bitte 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 das geht es schon so gut ja aber warum das oder der vier was genau stand in der Aussage er wurde vierter ich bin ein kleines und erreicht nur die vier Platz das kleiner oh ja ok haben wir zwei stelle ich so aus auf was zumindest ein menschlein das weiß wie es in der hat wenn er uns zu dürfen gebrauchen kann schön für mich was denn was er ab drittes Ressort da oben steht aber noch nahe die Dams Arms die Dams Arms schon hat es gehört wollen wir mal mit uns drinnen umsehen ich bin ich bin ja 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 ok hier wollen wir vier karten mit den ziffern 0 1 2 und 6 so viele uhrzeiten wie möglich legen das untere beispiel zeigt die uhrzeit 2.16 verwenden stets alle vier karten in denen sie nebeneinander legt sie aufeinander zu legen und ist nicht erlaubt wie viele unterschiedliche uhrzeiten lassen sich wohl auf diese weise belegen ja können wir nur zu sehr viele notizen ja gesagt wir haben das dann ne und hier haben das 1 uhr 26 ok machen wir alle kombination mit 0 uhr bei uns uhr 2 ja es ist nicht deswegen sondern denn 0 0 es ist das ist 0 0 2 0 0 0 06 1 2 9 mal nur 261 06 1 2 06 2 1 warte ich überlege ob du eine andere möglichkeit ist der erste kosten danach kombination andersrum 10 uhr blablabla stimmt 26 16 16 Uhr kann man machen 12 Uhr kann man machen 11 Uhr kann man machen 20 Uhr oha wieviel kombination wollen sie von uns haben scheiße man 6 0 gibt es nicht 6 0 gibt es nicht gibt es 21 Uhr ja 21 Uhr gibt es da oder ja kommt noch warte 6 0 gibt es nicht deswegen ist das nächste war 0 1 haben wir 1 das ist echt so viel dann sage ich ja das waren jetzt so viele Uhrzeiten müssen echt so viele es kann regeln wir das einfach eine aufgabe oder es gibt 16 Uhr gibt es auch noch 06 ja und 16 Uhr was ist mit 12.60 es gibt sich nur nein nein 16 Uhr 1 ja 16 nur 1 1 hier ist schon 1 achso 2 ja 16 Uhr 2 und 16 Uhr 2 12 2 2 1 2 2 21 21 6 ja 21 ja 21 21 21 21 21 21 21 22 10 10 zehn methoden okay bitte sei es hat keinen bock weiter zu denken doch mit 60 dann war das zwölf noch mal überlegen was also 12 oder was Das ist meine Antwort. Man. Also, dann noch mal von vorne. Was ist eigentlich? Ich finde das ein Problem. Oder? Oh nein. Man kann die vier Karten nicht mehrmals benutzen, ne? Aber wenn du stets alle vier Karten nebeneinander legst, sie aufeinander zu legen ist nicht allein. Wie viel Unterschiede? Wieso soll man sie aufeinander legen? Ich wollte es nicht. Wie möglich. Ach so. Hm? Wir haben die Zeit benutzt, die schon hier angegeben ist. Ohne? Ja, glaub schon. Sicher. Ich probiere einfach mal. Hm, wie wäre es hier? Wow. Oh. Also, dann noch mal von vorne. Ohne die Fasse. Moche für. Moche für. Moche 16. Moche 16. Moche 16. Moche 16. Moche 16. Erklär mal wie. Danke, sieh'n uns einfach so gesund. Wie wäre es hier mit? Hä? Das ist aber peinlich. Was? Die du nicht geboren kannst? Okay. Na komm, lass mal machen. Lass mich mal. Okay. Okay, geht auf. Okay, komm, lass mal machen. Geht auch. Geht auch. Geht auch. Ja, das geht, das geht. Ja, das geht, das geht auch. Ja. Okay. ich verstehe nicht das Problem jetzt ich verstehe es nicht 60 ich verstehe es nicht ich vergiss nicht was sie jetzt von uns wollen wir haben doch alles alles löschen ist jetzt alles von vorne wieder machen die man noch alle kombinationen da sind so viele kombinationen jetzt ohne regeln jetzt muss 1 6 so ich hätte auch was damit zu tun die ganze kacke das ist jetzt nervt und die kombination mit allen also mit 0 hier alles 0 davon geht das geht das geht nicht das geht es gibt nicht das geht das die haben wir nicht genutzt wir vergessen davor doch 0 6 2 0 haben wir nicht was 2 1 0 6 1 2 haben wir nicht benutzt davor sicher ja ich habe dann davon nur eine 0 0 6 noch irgendwas gesehen und dann die kombination mit 1 1 2 6 1 0 6 2 geht ja nicht das ist ja vor uns 1 2 10 0 0 6 6 0 geht nicht dann die kombination mit 6 0 2 2 0 auch 4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 6 0 geht nicht und 26 geht nicht kombination die zeit sind es hat mir als erstes gemacht es muss noch eine methode geben nicht löschen ich habe da so eine ich überlege gerade sowas wie kommen wir dazu möglichkeiten es nur gibt ich verstehe es nicht die tipps kommen so war eine kacke müssen das jetzt benutzen und die klasse machen was vor stundenanzeige reicht bis 30 also dann sollte man nicht 12 60 machen zum beispiel in der karte kann man zwei verstehe zu verlegen was warum auch zu an 9 die neuen notiz okay dann gibt es mehrere möglichkeiten okay wir haben ja das geht ja hier 1 uhr 9 20 also wie im ziel jetzt merkt ihr 10 aus 1 uhr 29 machen wir sowas 49 ok 12 9 uhr 12 12 19 uhr 19 uhr 19 20 20 ich glaube wir kommen auf 20 20 ja ich komme auf 20 ok ist das auch nicht so jünger lass es einfach du kannst es nicht bitte sei es endlich mal ich habe es immer wenn er sowas sagt wenn ich mir endet ich werde es nicht mehr ich meine kinder spielen die fris jemand ist ja ich bin zum anderen du oh man du hast du 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 die dame die herrschaft bekommen die dames amts schöne gute wir suchen noch einen bekannter von uns aber der möglichweise heute hier war ja wir sehen wie sie sehen dort das geschäft heute ein einziger stammkunde und er ist vor ein paar minuten verstehe dieser stammkunde von ihnen kann kam nicht etwa aus china ton oder bitte wird an sie aber so hat das sollte ein respektabler barkeeper niemals aber natürlich verstehe sie voll und ganz muss jedoch betonen dass die sicherheit der stadt von dieser information abhängt dann brauchen sie aber was ein vorschlag so gut wenn sie mir beim einigen probierstellt dann helfe ich noch ja ist klar darum sehr viel nicht schon wieder so okay die menschen zwei werfe zu gestalten was mit ihnen jeder tag des monats nummerisch dargestellt werden kann wie im oberen teil des touchwinds illusiert illustriert allerdings müssen bei jedem tag beide werfe zum einsatz kommen daten wieder monatserste oder zweite werden also entsprechen also 0 1 0 2 dargestellt an sich scheint dass sie ein vernünftiges system zu sagen doch leider kann mit dem gezeigten aufbau der wir für nicht jedes dort mal gestellt werden kreise die eine zahl ein die du ändern möchtest was kann ja dass sie ein kreisen was und kann das ist jetzt so falsch nur ich wollte nur sehen ob ich die ein drüber ein kreisen kann 8 welchen monat kannst du mit 8 denn machen was 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 ich bin so behindert die Kinder zu behindern so ist so so der steht da und als erste und zweite werden als 012 betrachtet dritte zwölf die dritte 1 2 gibt es auch was sind sie die kommunizierung zum Beispiel 7 1 siebte Januar ich würde mal sagen um zwei sind hier im kopf der kaputt von der karte buch wir müssen hatten wir uns erstens doch leider kann man mit gezeiten aufbaut über für nicht jedes datum dargestellt werden es kann so einst nur eine zahl oben habe ich schon gerade versucht weiß ja hier das ist bei jedem tag beide wörter zu einem daten wieder nur als erster oder wieso ist es 0 1 dann ist dann wohl ein monat zweiter also der erste jahr warum man sich nicht jedes dort muss da haben sie nur als erster zeichnen als wir sprechen mit nur 1 0 2 wie 0 1 0 2 jeden jedes monat Wartet.